Leute, der läuft oben lang. Na, haha, nice, nice auf jeden Fall. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer Runde QSG auf meinem Kanal. Wir spielen auf Hijacked und ja Leute, ihr könnt schon den Titel lesen. Ich bin heute nervlich echt am Ende. Als allererstes, warum gestern kein Video kam. Gestern war nämlich ein kleines Problem bei mir. Ich habe nämlich meinen PC aufgerüstet, also einen neuen Prozessor und ein neues Mainboard verbaut. Und das Ganze hat nicht so gut geklappt. Also jetzt läuft alles, aber ich habe da bestimmt mit meinem Vater 5-6 Stunden dran gesessen, weil es irgendwie ein technisches Problem gab und ist auch egal. Auf jeden Fall, deshalb kam gestern kein Video. Sorry nochmal dafür. Aber Leute, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, warum ich nervlich so am Ende bin. Und es wird vielleicht den einen oder anderen abfucken, dass ich darüber rede. Aber es geht um Fußball. Und ja, heute spielt Bremen gegen Frankfurt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwann in einem Video gesagt habe. In einem Stream habe ich es bestimmt schon mal gesagt. Aber ich bin ein Werder Bremen-Fan. Und ja, es ist heute einfach das entscheidendste Spiel. Das ist das wichtigste Spiel, was ich so bislang miterlebt habe. Und wenn man verliert, geht es halt einfach wahrscheinlich in die zweite Liga. Und... Oh Gott, ich musste mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Wie gesagt, ich bin echt ein bisschen durcheinander. Und ich will natürlich... Im Endeffekt, es ist nur ein Fußballspiel. Klar, wenn es dann halt so ist, dann ist es so. Aber man hofft natürlich immer das Beste. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich denke mal, Fußballfans werden schon nachvollziehen können. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie HSV-Fans oder so, die das in den letzten Jahren öfter mitmachen mussten. Also jetzt, no disrespect, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn irgendwie, wenn man eine Mannschaft mag und man will halt einfach nicht, dass die absteigt. Und dann ist es so kurz davor. Eieiei, das geht auf jeden Fall schon auf die Nerven. Und deshalb bin ich ein bisschen durcheinander. Deshalb spielen wir auch die Runde schnell zu Ende. Weil das Spiel beginnt in einer knappen Stunde. Und ja, das will ich dann natürlich auch sehen. Deshalb... Oh Gott, der gibt mir aber. Ja, obwohl den kriegen wir auf jeden Fall. Leute, der läuft oben lang. Na, haha, nice. Nice auf jeden Fall. Hat der da noch Pfeile? Ja, geil. Okay, das Essen brauchen wir jetzt nicht. Okay, wir haben nice and stuff. Wir haben nice and stuff. 31 Pfeile. Das Game ist, denke ich, durch. Außer wenn er mich jetzt viel besser trifft. Was er aber nicht macht. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Nochmal getroffen. Alter. Okay, jetzt nicht getroffen. Aber der ist wahrscheinlich jetzt schon irgendwie Half-Life oder sowas. Nochmal getroffen. Ach schade. Ich dachte, der läuft weiter. Ha, fresh Dumbel doch. Und tot. GG. Okay, Leute. Dann haben wir die Runde ganz schnell gewonnen. Fünf Kills kann man, denke ich, machen. Und ja, auch wenn ihr keine Fußballfans seid, drückt mir einfach mal die Daumen, dass Bremen heute gewinnt. Weil sonst bin ich jetzt richtig schlecht drauf und werde euch die nächsten Videos nur anschreien. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass das alles gut ausgeht. Für die Leute, die jetzt Fußball gar nicht interessiert hat, sorry, aber muss da auch mal sein. Und ja, Leute, ich bin wirklich ein bisschen am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, denke ich, dann morgen wieder. Wahrscheinlich auch mal wieder eine Runde Jump World. Weil das habe ich schon mit dem Nemex aufgenommen. Das heißt, morgen kann es sein, dass eine Runde Jump World kommt und ja, wieder mal eure Maps gezackt werden. Bis dahin, haut rein, macht's gut, lasst eine Bewertung da und ciao.